So, zack, Leute, da sind wir wieder, ne, im vorigen Einsatz, zurück in der Folge. Ja, heute machen wir noch die ganze Quest fertig, was wir vor zwei Folgen angenommen haben, glaube ich, ungefähr. Und, ja. Schauen wir mal, wo war denn das jetzt ein Schmied, ne, okay. Falls uns nichts dazwischen kommt. So, wo ist unser Pferdl? Ab hier, so. Das ist aber süß aus da, ne. Keine Straßen hier, ne, typisch. Hm. Komm schon. Hm. Da, 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 was zu durchsuchen. Komm schon. Da, das Ästchen. Das Ästchen ist das Bestchen. Na. Muss verlaufen, weil, was ist hier? Du, schauen wir mal da in die Hütte rein, da. Vielleicht finden wir da was. Bisschen Cash. Nix. Zu schade. So, da vorne ist der Schmied. Da müssen ja Kräuter sammeln, ne, dass ein Pillemann wieder funktioniert. So. So. Traumhafte Söldnerin. Du raubst mir den Atem. Hast du die Blumen? Ich kann nicht mal Blumen pflücken, ohne dass irgendeine Bestie versucht, mich umzubringen. Aber ja, ich habe sie. Perfekt. Dann wird das heute eine denkwürdige Nacht. Das freut mich für dich. Nun zu deinem Versprechen. Natürlich, natürlich. Ähm, ich frage mich nur gerade, da du schon mal hier bist, was, wenn ich die Blumen jetzt nehme? Ich habe hier ein sauberes Eckchen, wo wir beide... Ich bin nur wegen des Schwerts hier. Du hast deine Blumen. Also gib es mir. Du brichst mir das Herz. Aber ich weiß die Blumen schon noch zu nutzen. Hier ist das Schwert wie versprochen. Hm. Ich sollte das zu Zupideos Eltern bringen, bevor er etwas Zupi, Dummes tut. Warte mal. Warte mal. Warte mal. So. Neue Seltene entdeckt. Ja, schön. Wo ist er? Ah, da läuft er. Das ist ein super Schmied. Warte mal. Warte mal so mit dem Tee machen. Warte dich auf Schritt und Tritt. Ja, dann tritt einmal. Schlein Schritt. Pass auf, was du hingehst. Schau, dass du mitgewinst. Mitgewinst you. Heißt. Es ist ein sehr guter Mensch. So. Hoppala. Seltsam. Ja. Ja. Ja, verdammt. Dann war die Prophezeiung doch. Okay. Konfiziert abgeschlossen? Was noch? Noch ist abgeschlossen? Keine Ahnung. Was haben wir mit einem Fähigkeitspunkt bekommen? Vorhin? Ich kann es vergessen da. Urge. Ähm. Pats, pats, pats. Hm. Da haben wir schon zu gewesen, ne? Mhm. Aber wann setzen wir das schon ein, ne? Ähm. Irgendes Chaos. Ne, ich würde sagen, wir machen wieder was mit dem Bogen oder so, ne? Eins, Rang eins. Was? Probier schon. Hm. Mhm. Was ist das da? Hm. Achso, es geht mit. Ah, okay. Hm. Nee, ich würde immer etwas Passives haben. Oder? Machen wir Feuer. Hm. Es ist immer schwierig, ne? Ja, nein. Feuer. Entschuldige. Aber ich musste überlegen, ne? Hoppala. Das ist das nächste Problemchen. Hm. Wir haben neun. Der will es auch wissen anscheinend. Okay. Dann sechs sind wir jetzt mittlerweile schon. Dann. Kollegen haben wir schon gesehen. Hm. Die Nummer eins haben wir auch schon gesehen. Okay. Inventare. So. Gehen wir mal wieder verwerten. Da, 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 da. Hm. Da. Okay. Okay. Wecklchen. Da. Amazeutika. Und. Und. Das ist ich. Das haben wir abgeschlossen. Okay. So. Da ist nichts besonderes dazukommen. Ein paar Schüchen. Naja. Quests. Der Blitzbringer. Ja. Wieso denn machen? Bitte. Hallo. Also. Manchmal frage ich mich schon mal. Ja. Warte mal. Was machen wir jetzt? Ähm. Ja. Warte mal. Wir machen das doch. Das liegt 276 Kilometer. Ah. Meter in diese Richtung. So. Lauf mal rauf da. Lauf mal. Lauf mal. Lauf mal rauf da. Lauf da. Jo. Was geht mit dir? Brauchst du etwas? Ein Lager der Athener macht uns verstärkt Probleme. Bittest du mich gerade all diese Athener in die Unterwelt zu schicken? Ein paar klägliche Soldaten sollten ein leichtes Ziel für jemanden wie dich sein. Oh yeah. Gut. Ich bin dabei. Vielen Dank Seltenerin. Überlass das ruhig mir. Hm. Wir wollten die sowieso aufmischen jetzt noch. So. Diese. Diese verdammten Athener, ne? Machen uns das Leben nicht so schöner. Hm. War kein Ästchen? 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 Halbvertier erlegen. Jo. Was haben wir dabei, ne? So. Herr Eka. Da. Kiste. Mhm. Aber. Wo ist der Höhlenengang? Warte mal. Wir sind glaube ich da lang. Und wo ist der Gift weg, ey. Hoppala! Hoppala! Tja, wo ist? Kann man raste? Das Geschenk der Freiheit! Mhm. Was brauchst du für Medikament? Haben wir da alles? Nein. Was ist da? Ah, ist das Kiste? Nein, Schatz. Nein, nein, nein. Und da müssen wir jetzt schauen, wo wir da in die Höhle reinkommen und dann mit den Bären. Das ist ein komisches Soundeffekt, ja? Was ist da? Was ist da irgendwo? Nein, da? Nein. Hm. Na? Tötet das Alphabärchen. Ja, da? Ja, da. Ja, da. Nein, wir sind nicht. Ja, wir sind nicht. Ja, wir sind nicht. Nein, wir sind nicht. Ja, wir sind nicht. Bärchen, Bärchen, Bärchen. Mann, 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 Mann. Okay, ein bisschen schon mal. Dann, ein Glückspächer. So. Das klappt nicht so, wie ich das gedacht habe. So, falsch. Versandte, reiß dich zusammen. Hammer das. Okay, man hat das ganze Geld. Geld, 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 Geld. Okay. Ich habe eine bessere Ausrüstung wieder. Ja, ich weiß nicht. Ja, so müssen wir mal schauen. Das müssen wir mal machen. So. Einmal. Einmal. Einmal ein paar Minuten haben wir ja noch. So. Karte. Das da. Das da. Na. Das bietet sich gleich an. Dann machen wir den Schuss schon. Zack. Zack. Kassandra, wir wissen, dass du irgendein Leiden hast. Irgendwas hast du. Kassandra. Du hättest dir den Fußzettel weh. Ha? Fussi. Ha? Kassandra. Weiß dich zusammen. Wenn du noch einen Schritt näher kommst, hast du ein echtes Problem. Warte mal. Was ist mit euch Typen da eigentlich? Ganz kleiner. Da. Icarus, go. Du wirst untergehen. Oh ja. Ich bin so aus. Jetzt nur noch das Geld einstreichen. Oh ja. Kassandra. Nur noch das Geld einstreichen. Nur noch das Geld einstreichen. Nur noch das Geld einstreichen. So. Das haben wir gern. Schauen wir mal. Aha. Aha. Ich kann mich anziehen unten. Das Wurstgang. So. Da. Ein frugling bling. Habt ihr doch nicht da? Besser mal öffnet sich. Ist nichts drin. Okay. So. Okay. Da war was. Entdeutig. Da war's schon weiter weg, ne? Ach da. Ästchen. Okay. Dann sag ich mal. Dankeschön. Bis zu schauen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Tschüss.